Herzlich willkommen zu einer spontanen astrologischen Vorschau zum Supermond, zum heutigen Supermond. Denn heute am 1. August stehen Sonne und Mond in der Opposition und der Mond ist der Erde ganz, ganz nahe. Und so kommt es zu diesem Phänomen Supermond. Und der Mond steht ja momentan im Wassermann. Und der Mond im Wassermann bedeutet eigentlich, da sind ja die Gefühle sehr oft langmütig, wechselhaft. Also da gibt es sehr viel Bewegung auf und ab und da haben wir die Opposition hin zum Löwe-Mond. Und der Löwe, der will ja leben, der will ja ausdrücken, der will quasi am Leben richtig teilnehmen. Also richtig diese Sommergefühle eigentlich kann man sich da vorstellen. Und dieser Supermond, durch das, dass der so sichtbar ist, denke ich, hat der auch eine durchaus tiefere Bedeutung, wenn du dich damit beschäftigen möchtest. Der Mond ist ja momentan noch aufgeladen von seinem Rendezvous, nenne ich es mal mit Pluto. Also der Pluto und Mond hatten ja eine Konjunktion, die sich da jetzt auflöst. Also die hat sich jetzt dann zum Abend hin schon aufgelöst. Aber der Mond ist noch sehr aufgeladen. Also der ist noch sehr, sehr nahe eigentlich diesem Pluto. Und bei den Langsamläufern nimmt man halt den Orbis, also den Abstand. Wie eine Konstellation zustande kommt, berechnet man ein bisschen genauer. Aber er ist trotzdem noch aufgeladen mit plutonischer Energie. Und Mond, Pluto, das ist ja dann auch die, ja, das sind Mutterthemen. Das sind Themen in der mütterlichen Linie, in der Ahnenlinie. Und ich denke, da kann man sich noch ganz gut damit beschäftigen, mit dieser, mit dieser Energie, mit diesem aufgeladenen Mond, der gerade vorher noch in der Konjunktion war mit dem Pluto, dass man sich da mit Mutterthemen auch beschäftigt und da vielleicht ein bisschen arbeitet. Ich habe ja einige Meditationen, Mutterthemen, Heilen zum Beispiel auch hier am Kanal. Also kannst du ja mal reinschauen. Oder du überlegst einfach mal, okay, was lebe ich denn wie meine Mutter? Was möchte ich denn vielleicht da loswerden? Welche Gefühle habe ich denn da in Bezug auf meine Mutter? Oder trage ich denn da noch? Also das wäre da sicher eine gute Zeit, um sich mit Mutterthemen zu beschäftigen. Denn wenn man weiterschaut, wir haben am Ende August nochmals so einen Supermond, sehr außergewöhnlich. Und da ist dann der Mond mit Saturn geladen. Also das sind dann nochmal Ahnenthemen, aber das geht dann mehr in die männliche Linie rein. Also es ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Gut, dann schauen wir weiter, was dieser Mond noch so bereithält. Wir haben ein Quadrat Uranus zu Venus. Und der Uranus, das haben wir jetzt schon öfter gehört, steht ja noch im Stier, wirbelt dort so die Werte, das Leben ein bisschen durcheinander. Und die Venus steht im Löwen, in der Lebenslust. Da fühlt sie sich wohl, da will sie auch was erleben. Und Uranus ist ja auch so ein bisschen so diese plötzliche Begegnung. Und gerade so im zentraleuropäischen Raum, so Österreich, ist ja auch das quasi das siebte Haus, das Haus der Begegnung. Das heißt plötzliche Begegnungen, überraschende Begegnungen, überraschende Kontakte, die einem dann guttun können. Also das ist da durchaus so die Möglichkeit. Das ist natürlich auch so ein bisschen was für Beziehungen, dass man da auch schauen muss, was kommen da vielleicht für überraschende Gefühle hoch, was kommen da für Themen hoch. Gerade noch einmal, wir denken an Pluto, Mond. Und das ist so wirklich so diese Zeit, wo auch sich etwas Neues durchaus ergeben kann. Also dass da durchaus neue Begegnungen möglich sind in dieser Konstellation. Oder natürlich auch, also wenn man das jetzt ins Materielle reingibt, kann das auch sein, dass das, oder könnte es sein, es ist eine gute Zeit, auch um am Eigenwert zu arbeiten. Du kannst dir das so vorstellen, der Löwe ist ja das, was er tut. Der schafft eine Erlebniswelt für sich und für andere. Und wenn man da jetzt beherzt, etwas umsetzt, etwas macht, dann kann das durchaus sein, dass sich das irrsinnig positiv auf deinen Selbstwert auswirkt. Denn generell ist noch sehr viel Energie in diesem Horoskop drinnen. Also da komme ich noch dazu. Aber das wäre auch eine Möglichkeit, wo man sagt, okay, vielleicht auch Selbstwertthemen da durchaus mal arbeiten. Also nicht nur, nicht nur daran denken, so Venus, Liebe, Beziehung, sondern auch ein bisschen so dieser, dieser Selbstwert, der Selbstwert, der durch das, der durch das Tun, der durch das aus dem eigenen Revier ein bisschen Ausbrechen gestärkt wird. Da gibt es ja so diese Annahme, dass wenn dein Wert nicht geschätzt wird in deinem Umfeld, du wahrscheinlich im falschen Umfeld bist. Das fällt mir da jetzt zu dieser Konstellation ein. Ja, dann haben wir noch ein Quinkungs zwischen Venus und Neptun. Und der Neptun ist ja noch in seinem Fischehaus. Der Neptun, der große Träumer, der große Idealist auch ein bisschen, auch das Heilen ist da drinnen. Und Quinkungs ist so ein bisschen so ein Frustaspekt. Das heißt, das ist so der Liebestraum, der nicht und nicht werden will. Das ist so dieses Unbefriedigt-Fühlen, dieses Es sollte mehr drinnen sein, als ich jetzt gerade lebe. Also das wären so Aspekte in diesem Quinkungs-Venus-Neptun, die da durchaus beachtet werden können und auf die man vielleicht auch Acht geben sollte. Also wenn man da recht einen Druck rein hat, wäre das eine Möglichkeit. Aber auch natürlich nicht zu leicht zu einem Liebestraum hingeben oder dem Traum von irgendetwas, womöglich Materiellen auch. Das löst sich da relativ schnell auf unter so einer Konstellation. Dann kommen wir zu einer etwas heftigen, wilderen Konstellation. Der Mars, der Kämpfer, der gerade in der Jungfrau auch steht. Der hat ein eineinhalb Quadrat mit dem Pluto. Und der Pluto marschiert ja gerade zurück in den Steinbock. Und wenn man sich das so vorstellt, also Quadrate, anderthalb Quadrate sind Spannungsaspekte, das hat immer was mit Frustration zu tun. Das kann eben sein, dass man irgendwo feststeckt, sich irgendwo reinverbissen hat, irgendwo wo drinnen hängt, wo man das Gefühl hat, okay, da geht sich was nicht aus. Und da kommen dann vielleicht auch Ängste und Frustration mit hoch. Und mir fällt dazu ein, diese ganzen Prognosen, die wir immer hören, Inflation, Krieg und es geht sich etwas nicht aus, das sind doch eigentlich nur Gedanken. Und das ist eigentlich nur momentan noch auch Angst, dass etwas schlimmer wird, dass sich etwas wiederholt wie dieser Pandemie-Irrsinn. Wo einfach so große Katastrophen, wo wir denken, das, was wir erlebt haben, projizieren wir in die Zukunft wieder rein und vergrößern das verschlimmerndes Thema, verschlimmerndes Problem. Und das fällt mir da ein, das wäre eine gute Konstellation, sich dieser Gedanken, dieser Ängste auch nochmal bewusst zu werden und nochmal ganz klar zu erben, was ist denn eine Angst, mit der ich mich jetzt beschäftigen sollte. Dass sich zum Beispiel finanziell etwas nicht ausgeht, das kann ja eine konkrete Angst sein, wo ich sage, okay, da muss ich gewisse Schritte setzen, dass sich da was ausgeht. Oder ist es einfach nur diese Vorsorge im wahrsten Sinne des Wortes, dieses Vorprojizieren von Annahmen, von festsitzenden Ängsten, die auch durchs Internet wieder und wieder und wieder gekeult werden, bis zum Erbrechen, die nächste Krise, der nächste Kollaps. Und das fällt mir dazu ein, sich da ein bisschen zu beschäftigen, vielleicht auch zu schauen, steckst du vielleicht zu fest in diesen Sorgen, in diesen Ängsten, in dieser Rebellion, die nirgends hinführt. Steckst du da vielleicht fest, dass eine Rebellion nach außen, die irgendwie feststeckt. Wie kommst du zurück zu dir, zu deiner Kraft? Wie kannst du das positiv nützen? Wie kannst du aus dieser Frustration ausbrechen und sagen, ich bewege mich jetzt im Positiven weiter und ich halte das jetzt nicht mehr zurück? Also das sind so Gedanken, die mir einfallen zu diesem anderthalb Quadrat Mars und Pluto. An sich eben eine sehr, ja schon sehr belastende Konstellation. Und dann haben wir noch einmal den Merkur und der Merkur ist auch bestrahlt. Und der Merkur ist ja unsere, ist alles, was mechanisch ist. Das Internet ist, ist unser Denken auch, ist auch unsere Sprachfähigkeit. Und der hat da eine Opposition zu Saturn in Fische. Und der Merkur steht eben in der Jungfrau oben. Und naja, da kann es eben sein, dass man sagt, okay, ich bin, ich fühle mich ein bisschen blockiert im Denken. Ich bin vielleicht jetzt nicht sehr inspiriert, nicht sehr kreativ. Ich kann jetzt nicht irgendetwas Großtrabendes machen. Ich habe jetzt keine guten Ideen. Ich fühle mich nicht besonders motiviert. Es kann auch sein, dass Maschinen nicht so funktionieren, wie man es sich vorstellt, dass da was kaputt wird. Also das ist ein bisschen so eine Einschränkung einfach auch. Und mit der kann man da durchaus rechnen auch. Und letzten Endes hat der Merkur dann noch so ein Biquintil auch noch einmal mit dem Pluto drauf. Und Pluto in Steinbock ist ja eigentlich eine Wahnsinnsstarre. Also Pluto im Steinbock, wir erinnern uns, Pandemie, Lockdowns und so weiter. Das ist der Stillstand, das ist das Stillstehen, das ist die Macht, also Macht über etwas ausüben. Und diese Konstellation drückt jetzt auch auf den Merkur rauf. Also das ist ein bisschen so ein, auch wenn das Biquintil jetzt nicht per se eine negative Konstellation ist, aber man könnte dann sagen, okay, sich besonders wo anstrengend, besonderer Fleiß wird dann, wird vielleicht dann, ja, wird dann belohnt. Das könnte man sagen, so im Positiven. Aber es ist durchaus der Merkur belastet. Das heißt, nicht zu sehr frustrieren lassen, nicht zu sehr mit dem Kopf durch die Wand versuchen zu gehen. Also das würde ich dir da auf jeden Fall empfehlen. Und wenn es heute, also so wie es ja bei mir momentan ausschaut, ist es ja sehr bewölkt, also vielleicht hast du die Möglichkeit und siehst den Supermond irgendwo und machst eine Meditation drauf, dann bitte einfach noch einmal um Heilung deiner weiblichen Ahnenlinie, Heilung deiner Mutterthemen natürlich auch und bedanke dich einfach mal bei deiner Mutter und schau, was da hochkommt bei dir und was für Gefühle du da hast. Und letzten Endes ist dieser Supermond auch ein Symbol, egal wie dunkel die Nacht ist, es scheint strahlend hell der Mond und der ist da und auf das kannst du dich verlassen. Es gibt ein Licht in der tiefsten Dunkelheit, es gibt immer ein Licht am Ende eines Tunnels, es gibt ein Licht am Ende eines Stillstands, am Ende der Frustration, es gibt Licht. Ja, ich hoffe, es geht dir gut. Lass mir gerne einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder, momentan aus dem wunderschönen Waldviertel. Dein Oliver Ereni. Tschüss, bis nächstes Mal.